Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der gute Pantipota hat mich in seinem Tag-Video getaggt. Das heißt, ich muss jetzt wohl ein Tag-Video machen, sonst geht der Tag nicht mehr vorbei. Das war ein schlechter Reim und ich lasse es jetzt dabei auch. Ja, wie gesagt, der gute Pantipota hat mich getaggt und ich weiß gar nicht, was das heißt, aber anscheinend muss ich jetzt 10 Fragen beantworten und das jetzt auch völlig spontan. Also legen wir doch gleich mal los. Ihr seht hier übrigens gerade ein paar Just-for-Fun-Aufnahmen von Saints Row The Third. Leider nicht sofort, weil ich das Spiel noch nicht habe. Ich hoffe, das genügt euch auch und im Hintergrund müsste Musik von B2Re laufen. Hoffe ich jetzt einfach mal, wenn ich das so hinkriege. Wenn nicht, dann irgendwas anderes. Aber fangen wir doch auch gleich mal an mit den Fragen. Wie gesagt, alles spontan. Ich habe mir das Tag-Video eben gerade durchgelesen, die Aufnahmen von Saints Row schnell gemacht. Und jetzt geht es auch direkt los mit der ersten Frage und zwar, wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Wie alt ich bin, das ist ein Geheimnis. Nein, Quatsch. Ich bin 19,5 jetzt inzwischen. Und wann habe ich mit dem Zocken angefangen? So mit 6, 7. So ziemlich zur Eins-Schulung war das ungefähr. Zweite Frage, was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Das kann ich gleich an die erste Frage anschließen. Meine Einstiegskonsole bzw. mein Einstiegshandheld, was ich als erstes hatte, war ein Game Boy Color. Den hatte ich, soweit ich mich erinnern kann, entweder hatte ich den in meiner Schultüte drin, die wirklich sehr groß war. Oder ich habe den zu Weihnachten danach bekommen, eins von den beiden. Aber das ist ja ein Handheld und meine erste Konsole, meine richtige Standkonsole, war der Nintendo GameCube. Ja, ich habe vorher, also alle Geräte vorher, den N64, habe ich mal bei Nachbarn angezockt. Aber meine erste richtige eigene Konsole war der Nintendo GameCube, den ich auch geliebt habe und liebe heute noch. Bis über alles, da kann Wii und Wii U nicht mithalten, gar nicht. GameCube ist und bleibt für immer meine Lieblingskonsole nach dem PC natürlich. Aber das hat sich bei mir so ins Herz geschlossen, weil es da so viele tolle Spiele gab. Und deswegen, ja. Der GameCube als meine erste richtige Konsole, den habe ich, denke ich, zum Geburtstag bekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann. Ich glaube, so mit, lass mich lügen, 10 vielleicht? Ende der Grundschule. Wie alt war man da? 10? Ja, 10 stimmt. Ja, so mit 10 ungefähr. Dritte Frage, welche Games hast du im Kindesalter gerne gespielt? Oh, da gibt es eine Menge. Meine ersten beiden Spieler, die erinnere ich mich noch super gut. Und zwar war das zum einen ein Tapaluka-Spiel tatsächlich für den Game Boy Color. Das war sehr gut. Ich bin nie über das erste Level hinausgekommen, aber ich fand es immer toll. Und dann hatte ich noch ein Pong-Spiel für den Game Boy Color. Ich weiß aber nicht den Namen. Das fand ich echt super. Ich habe es echt gesuchtet teilweise. Ich fand das echt, echt toll. Und das war leider auch das Spiel, was letzten Endes zur Vernichtung meines Game Boys geführt hat. Denn ich habe ein Pong-Spiel mal verloren und dann meinen Game Boy gegen die Wand geschmissen. Und was passiert, wenn ein Game Boy gegen die Wand geschmissen wird? Das, denke ich, könnt ihr euch ja alle denken. Das war es. Ansonsten im Kindesalter natürlich die ganzen Super Mario Kart für den GameCube. Und ein Spiel, was ich auch noch sehr, sehr geliebt habe und bis heute über alles liebe. The Legend of Zelda Wind Waker. Wirklich eins meiner prägendsten Spielerfahrungen als Kind schon gespielt. Und ich würde es jetzt immer noch gerne spielen. Es ist einfach ein geiles Spiel. Viertens. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Oh, momentan. Das sind die Let's Play-Spiele. Und, ähm... Oh, da ist es schwierig. Was spiele ich denn momentan am häufigsten? Ich mache ja nur Kurzprojekte im Moment. Ähm... Da momentan natürlich Darksiders spiele ich fürs Let's Play ziemlich oft. Ähm... Verschiedene MMOs natürlich für meine ersten 10 Level-In. Dann die ganzen Kleinprojekte. Limbo, Mark of the Ninja kommt bald. Ähm... Langhäufig. Ich glaube, das Spiel, was ich am... Nee, nicht das Spiel. Nee, nee, nicht das Spiel, was ich am längsten gespielt habe. Nee, da gibt es noch einige, die weit mehr Zeit in Aschbruch genommen haben. Und sonst... Boah. Das war es eigentlich soweit. Sonst nicht viel. Yu-Gi-Oh! Pro spiele ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig mit Freunden. Das habt ihr auch schon gesehen. Mit dem guten Felix, Jan. Mit dem Sebi, dem Forsaken Poet. Und, ähm... Raphael. Das spiele ich wirklich sehr gerne. Ähm... Fünfte Frage. Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Oh, aller Zeiten. Das ist, äh... Aller Zeiten. Platz 1. Hm... Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Aber ich glaube, es gibt ein Spiel, was mich so in den Bann gezogen hat, wo ich glaube ich auch in dem besten Alter dafür war. Ähm... Was einfach so geil war, dass ich es bis heute nicht vergessen kann und bis heute immer noch gerne spielen würde, wenn ich die passende Konsole noch dazu hätte. Und das ist Legend of Zelda. Nein, nicht Wind Waker, sondern Twilight Princess. Es war so ein geiles Spiel. Ich war in dem perfekten Alter dafür. Ich glaube so 14. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Deswegen, ähm... Auf jeden Fall verdient auf Platz 1 meiner Top-Spiele aller, aller Zeiten. So geil. Ähm... Platz 1,5, wenn ich das so sagen darf, wäre denn Legend of Zelda Wind Waker. Das habe ich fast genauso lange gezockt. Ähm... Platz 2. Da fängt es schon an. Ja, viele Spiele, die mich, ähm... Sehr geflasht haben. GTA San Andreas, was ja auch, ähm... Pantipo da als eines seiner richtigen Spiele genannt, äh... War sehr geil, weil ich auch sehr viel gezockt habe. Ähm... Kingdom Hearts 1, sehr viel gezockt, war auch sehr geil. Ähm... Ähm... Natürlich Skyrim. Absolut geile Spielerfahrung. Da ist es schwer, einen Platz 3 auszubählen. Ähm... Ich würde sagen, der zweite Platz geht allerdings an ein anderes Spiel, und zwar Pokémon Silber. Das habe ich als Kind auch sehr, sehr, sehr viel gespielt. Auch zwei, dreimal durchgespielt. Immer wieder alle Tricks versucht rauszufinden. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Als meine Silberne Edition dann kaputt gegangen ist, habe ich mir die Goldene geholt. Weil ich die Unterschiede wissen wollte. Zur Kristallnen Edition bin ich leider nie gekommen. Ähm... Jetzt habe ich das mit dem Emulator nachgeholt. Und ähm... Jetzt spiele ich immer noch gerne Soul, Silver und Hardcote. Ich finde einfach, dass es... Das sind die besten Spiele der Pokémon-Reihe. Dafür kann mich jeder haten, aber ich finde wirklich Silber... Gold und Zoosilber und Hardcote sind die besten Spiele der Pokémon-Reihe, weil man einfach, ähm... Bei einem Kumpel zum ersten Mal gezockt im Multiplayer. Das ging ja damals schon an einer Konsole. Man möge es sich kaum vorstellen, aber das ging. Das hat auch richtig Bock gemacht. Und ähm... Privat, ja, natürlich durchgerockt. Durchgerockt. Und ähm... Natürlich mit Cheats. Das war, äh... Das Geilste, weil ich an GTA fand. Man konnte jeden Scheiß machen. Man konnte sich, ähm... Super Sachen hercheaten. Ich glaube, ich habe allerdings, ähm... Mehr Zeit mit dem Rumfliegen. Wie ihr es auch vielleicht gerade in Saints Row The Third seht. Ähm... Verbracht als, äh... Mit irgendwas anderem Mission machen oder so. Ich bin einfach... Die ganze Zeit nur rumgeflogen, weil ich das so, so geil fand. Ja. Also Legend of Zelda Platz 1. Pokémon Hardgold, äh... Souls... Äh... Silber. Gold, Hardgold, Souls, Silber. Platz 2. Und GTA San Andreas auf Platz 3. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Ähm... Ja, eine richtige Fortsetzung, ähm... Die das Spiel weiterführt. Hätte ich eigentlich gerne von Legend of Zelda... Twilight Princess... Wirklich gerne. Ich glaube, davon gibt es keine, äh... Fortsetzung. Natürlich Teile, die davor spielen und so. Aber, ähm... Ich weiß nicht. Ist eigentlich ein abgeschlossenes Spiel. So rund, wie es ist. Aber... Trotzdem. Das ist einfach so ein geiles Spiel. Ich hätte davon echt gerne eine Fortsetzung. Was ich allerdings, ähm... Weiß nicht, ob sich das so anbietet. Ähm... Von welchem Spiel hättest du noch gerne eine Fortsetzung? Ähm... Gibt bestimmt viele Spiele, von denen ich gerne eine Fortsetzung habe. Aber... Das wäre so das, was mir am ehesten einfällt. Weil ich das so... So geil fand. Siebte Frage. Welche Hobbys, beziehungsweise Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Ähm... Hobbys und Leidenschaften... Zählt man die Ausbildung als Hobby? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist mein Beruf, beziehungsweise meine Ausbildung, die ich jetzt schon... Also meine Ausbildung habe ich dieses Jahr erst angefangen, meine neue. Den Beruf übe ich allerdings schon seit zwei Jahren aus. Und, ähm... Das ist eigentlich so mein größtes Hobby, wenn man das so nennen darf. Sonst, ähm... Mach ich eigentlich nicht viel. Außer zocken. Ähm... Bisschen, ähm... Mit Kumpelszocken? Aha, ist das gleiche. Ne, was ich sonst noch gerne machen, Animes gucken. Animes gucken ist meine... Mein zweitliebste Zeitbeschäftigung neben dem Let's Play, neben dem Videos gucken. Animes, äh... Sind, glaube ich, die größten Zeitfresser in meinem Leben, weil ich damit wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Sehr, sehr viel Animes gesehen habe. Und davon sehr, sehr begeistert bin. Ja, meine beiden Lieblings-Hobbies. Mein Beruf und die Animes. Jo. Äh... Frage 8. Welche Konsolen einschließlich Handhelds besitzt du? Oh, das ist, ähm... Das ist gar nicht so viel. Ich besitze eine PS2, die nur so semi-gut funktioniert, weil ich mit der absolut nie spiele. Dann besitze ich eine PSP, die funktioniert aber auch nicht mehr. Also halt nur dann, wenn sie möchte. Und... Was besitze ich noch? Den PC. Ich glaube, das war's. Kann man Handy dazu zählen? Ich besitze ein Handy. Wer hätte erst gedacht, ja. Ähm... Auf dem Handy spiele ich auch ab und zu, wenn nichts anderes gerade da ist. Aber meistens halt auf dem PC und sonst auch nichts anderes. Ich bin nicht besonders begeistert von Konsolen. Wüsste jetzt auch nicht, warum ich mir eine zulegen sollte. Und, ähm... Ja, deswegen die drei, vier Sachen. Das war's. Äh... Frage 9. Nenne deine Top 3 Spiele-Serien. Meine Spiele-Serien Top 3. Natürlich Legend of Zelda. Platz 1. Ganz klar umgeschlagen. Macht super Spaß. Auch die 2-D-Teile. Ähm... Platz 2 würde ich gerne sagen Final Fantasy, aber... Ne. Da fand ich nur die 2-D-Teile gut. Und 7. 7 habe ich aber leider nur angezockt mal bei, ähm... der Freundin einer Schwester von mir. Und, ähm... Kann da in irgendeiner Stelle nicht weiter. Und, ähm... Ja, weiß ich nicht. Da ist auch irgendeiner Kontakt abgebrochen. Und, naja, tut ja auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall Final Fantasy, ähm... Leider nicht, ähm... Die GTA-Reihe ist sehr geil. Auf jeden Fall auf Platz 2. Und dann, ähm... Platz 3. Hm. Ja, da schwanke ich jetzt gerade zwischen Pokémon. Was natürlich eine meiner absolut liebsten Reihen ist. Schon von klein auf. Dann, äh... Die Elder Squads. Was ich mit Oblivion angefangen habe. Und was auch sehr, sehr geil war. Gerade jetzt in letzter Zeit. Und, ähm... Wo ich auch hoffe, dass... Bald, 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 bald. Und hoffentlich... Free-to-Play. Ähm... Dass MMO-RFG rauskommt davon. Wenn ich Free-to-Play hole, ist mir trotzdem... Ist mir scheißegal. Ich hab Bock drauf. Und... Saints Row. Fand ich auch geil. Aber davon habe ich bis jetzt nur Saints Row 3 gespielt. Deswegen ist es nicht eine meiner Lieblings-Reihe. Ich würde sagen, Platz 3 belegt, ähm... Pokémon, eindeutig. Pokémon fand ich geil. War früher geil. Ist heute... Ja, gut. Hm. Kann ich nicht viel zu sagen, wie es heute ist. So, schwarz und weiß 2. Schwarz und weiß. Und so. Hab ich nicht gespielt. Ist mir aber auch relativ am Arsch vorbeigegangen, sag ich mal. Die ganzen neuen Pokémon liegen mir eh nicht so. Egal. Äh... Frage 10, finde ein abschließendes, äh... Finde abschließende Worte zum Thema Gaming. Ja. Gaming ist, ähm... Etwas sehr Schönes. Es befreit uns von unseren Alltagssorgen. Es ist ein Zeitfresser, falls wir da eine Langeweile haben. Und durchs Gaming kann man auch Freundschaften schließen. Und, äh... Ich finde, das ist sehr wichtig am Gaming. Und nicht, wie alle sagen, durchs Gaming vereinsamt man so bla bla bla. Nein. Durch, äh... Multiplayer Games und so League of Legends und was auch immer. Findet mal viele neue Freunde. Ich hab die meisten Leute einschließlich, äh... Den guten Pantypo da, äh... Durchs Gaming quasi kennengelernt. Und, ähm, ja. Ich find das Gaming einfach geil. Und von mir war's das jetzt auch schon. Das wurde länger als gedacht. Und, ähm, ich hoffe, das schaut sich jemand an. Ähm... Gut, Leute. Wir sehen uns beim... Ach, nee. Ich muss ja noch niemanden taggen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wen tagge ich denn mal? Ach, ich hab schon eine Idee. Ich hab da eine Idee, damit ich dich mal sehe. Ähm... Was ich wenig gerne taggen würde, ist auch diejenige, von der mein letztes Kanal-Review kommt. Und zwar Amenitra, die Druidin. Du bist hiermit getaggt. Und, ähm, ich wünsch dir viel Spaß bei deinem Tag-Video. Mein ist jetzt vorbei. Und wir sehen uns, Leute. Ciao.